Willkommen zu einer neuen Folge King of Havallon, ja, ähm, das ist jetzt die 64. Folge, ähm, ja, willkommen, ja, keine Ahnung, was das für Zahlen sein kann, aber auch nicht so schnell lehnen. So, ja, dann warten wir mal ab, wie lange das einfach dauert, bis, ähm, das Spiel mal irgendwann gelernt wird, weil ich höre das ja an der Musik, äh, ja, äh, so, jetzt bin ich im Spiel rund. Da, gehen wir mal gucken, was ich so hier so bekomme. Zwei Geschenke, super. Ja, super. Noch ein Geschenk. Und noch eins, wuhh. Und noch eins. Alle löschen. Nee, 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 bevor ich das mache. Die Ballerpoll. So, hol ich mir mehr Verteidigung. Mehr Angriff. Das da oben hier, das ist das gerade mal nur für die eine Truppe da. Boah. Na ja, wegen Ostern krieg ich jetzt Osterei bei jedem Mal abholen. Oh, das ist wirklich schon. Weißt du, wie viele sind denn in der Verletzungsszene? Zehn! Ach, 20 Sekunden. Wenigstens, wenn sie mal nach 100 Jahren mal wieder gebraucht. Das kam mir irgendwie so ein Gefühl, ob das überhaupt nicht verbringt. Und anscheinend bringen die mir wirklich nicht so. Aber das ist noch nicht so. Öfft. Äh, k. Weizen. um und zweihundert Eisen super und ich kann nur drehen und zwei davon das heißt beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Geschenke holen wir gehen irgendwie da ein Monster angreifen damit gibt es noch nicht ich bin aber erst mit zwölf Mann zu reinkommen es war das gleiche nur zwei Level schlechter ich will mich mit und ich will einfach mal alle meine Truppen mit ich habe sogar von manchen Truppen so irgendwie 28 aber warum weil ich ja da habe ich auch Prozent Prozent zu russer Euro ist glaube ich denn das schon kommt und das ist ein ich habe es gehört 38 sich nur diesen der mehr gut außer dass alles näher Oh, jetzt kann ich nochmal drehen. Oh, zwei davon. Keine Ahnung, was es ist. Oh, jetzt bin ich wenigstens für reich. Oh. Oh, jetzt bin ich noch ein bisschen. So, jetzt bin ich noch ein bisschen. Oh, noch mehr. Noch mehr. Noch mehr Weißen. Noch mehr Weißen. Noch mehr Weißen. Noch ein Wert von Leiden. Und das, was auch immer das sein soll, was ich nicht benutzen kann, weil ich noch nicht eine Löffel zu nehmen. Uh. Dann erstmal vier Gold München, was mir nichts bringt. Dann 48 Pulver. Dann 5000 XP. Und dann nochmal. Ja, bin sofort zu rechnen. Ich hab frei. Ach gut, ich kann auch das ja noch benutzen. Vorweiten. Ich mach gar kein Weißen drauf an, weil ich nicht mehr kriege, aber auch schon fehlt. Uh. Ach. noch ein höher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei. Was? Von zwei Stück? Okay. Oh, jetzt Pulver. Und ich kann mit nichts anfangen. Oh, wieder viel Wolken benutzen. Oh, wieder viel Wolken benutzen. 26. Eine Minute. noch einmal und was kriege ich? Weizen super Ja, auf die Folge gefallen, bis zum nächsten Mal, ciao, Leute